Hallo und willkommen zurück zu GTA Online, oder Let's Play Together GTA Online, besser gesagt, mit dem Joker31er an meiner Seite. Ja, moin, Joker31er ist wieder am Start. Jo, und da unsere letzte Attentats-Mission sehr erfolgreich verlief, haben wir uns jetzt dazu entschieden, wir machen erstmal ein Rennen, um Geld zu verdienen, weil wir so pleite sind. Ja, okay. Ja, ich würde sagen, dann kannst du auch direkt starten. Schon dabei. Sehr gut. Übrigens, als kleine Anmerkung, mir ist mein Mikrofon gerade eben kaputt gegangen. Falls ihr euch fragt, was das silberne Leontner-Mikro ist. Das kann ich auf jeden Fall beantworten. Ah, den nehmen wir jetzt mal. Ich flippe aus. So, ich bin bereit. So, da sitzen wir. Da sitzt er. Und ich würde sagen, es geht los. Du bist voll der Nachmacher, jau. Ich bin überhaupt kein Nachmacher. Natürlich, das ist genau das der Rote genommen wie ich. Du bist mein Nachmacher. Nee, ich war zuerst fertig. Nein, das ist eine Lüge. Farbe habe ich gar nicht erst ausgesucht. Die habe ich so gelassen. Ja, ich habe sogar die Farbe ausgesucht. Siehst du, also war ich sogar vor dir fertig mit Farbe. Nee, die Farbe hatte ich ja zuerst. Die war ja schon so. Nee, meine war rot. Weil ich gut bin. Hey. Da drängelt der hier fast. Gibt's doch nicht. Oh. Ich doch nicht. Geh, guck mir. Wow. Du schaffst aus. Close. Was? Was war das? Oh, mein Gott, Alter. Gott, er hat auch immer eingerollt. Oh, 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 fuck. Ja, ich glaube, das Rennen habe ich verloren. Ah, nee, er hat auch nur Vergeburt, sehr gut. Aber ich glaube, meiner war ein bisschen schlimmer. Ja, glaube ich auch. Scheiße, wenn da vor dir einer ist und dann einer entgegenkommt. Ja, ich habe die Leitplanke geknutscht, also so schlimm war es nicht. Aber wirklich genau an der Kante. Nein, 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 ich bin nicht raus. Ja, die Kante. Die Kante, die Kante, eine. Die eine Kante, die eine Kante, die eine Kante. Schon wieder ein rollendes Auto. Was ist los mit den Leuten? Zu geil. Viel zu geil. Haben wir schon wieder Montag, oder was? Oder ist Vollmond? Keine Ahnung. Nein. Ich wollte gerade zum Überholen ansetzen. Ja, da sitzt die Linie. Das gibt es doch nicht. Das gibt es doch nicht. Ja, mindestens komme ich auch auf durchs Ziel. Hoffe ich mal. Dich nehme ich mit. Das klang gerade sehr erotisch. Was? Ja, ich kriege Snacks. Wieso kriegst du Snacks? Ja, hier war ich so ausrastet. Mit meinem schönen pinken Auto. Agent Smith hat ein pinkes Auto. Das ist super. So, was wollen wir als nächstes? Choose you. Was? So, ich soll dich aussuchen. Ja, komm. Über sieben Brücken. Ich verüberachte. Ich will die gerade Zahl. Wobei sieben eigentlich meine Quickszahl ist, die sich noch nie bewertet hat, aber wo für sie. Bewehrt. Bewehrt, meinst du? Hab ich doch gesagt. Grammatik Nazi. Ja, auf jeden. Auf jeden, mein Nigger. Na, das Radio habe ich übrigens auch rausgestellt. Das heißt, gibt es doch ja noch viel Ärger mit den Rechten von wegen Copyright und so was. Bei mir hört man das kaum. Na, wo weiß ich's. Oh, wir haben einen Mitfahrer. Echt? Ja, du bist ja hier nicht einstellt. Ja, ich hab doch schon gestartet. Hm. Die Sitzung wird gestartet. So, dann haben wir jetzt einen Mitfahrer. Ich weiß auch schon ganz genau, welches Bike ich nehme. Ich weiß noch nicht, welchen Anzug ich anziehe. Ja, ich hab keinen. Ja, ich brauch keinen Rennanzug. Ich brauch auch keinen Rennanzug. Da. Aha. Der hatte wieder die Brille auf. Ist das dein Ernst? Ja. Ja. Dieses Auto. Ein Auto? Das ist ein Rad. Ja, ein Rad auch noch. Ja, ein Rad. Wenn du da mithältst. Sag du es mir. Sag du mir, ob ich mithalten kann. Wo bin ich? Das weiß ich nicht. Warum bist du so ständig nicht? Weil man mit dem Ding an Down-Wheelies ziehen kann. Nur bremsen kann man mit dem Ding nicht so gut. Ich brauch keine Bremse. Der klaut meinen Windschatten. Ach ja, hab ich vergessen auszustellen. Wayne. Ich hab gerade mal die Kugel gekriegt. Ich bin Luftikus. Über sieben Brücken musst du gehen. Durch das Arschloch. Ich brauche sicheren Geleit. Durch den Arnuss. Den Teufels Arnuss. Oh, komm. Oh, das war knapp. Wann hätte ich das verkackt? Was? Ja. Wenn die sich transformieren. Ich wollte schon gerne verwandeln. Sonst würden sie verwandeln heißen. wenn ich Transformer Warum bist du so schnell? Weil ich nicht langsam bin Jaaa, E-Gitarren-Solo Da ist das Ziel Ich bin einfach in der Luft stecken geblieben Das war ein 360-Noscope Das sind gerade jetzt 360-Noscope Ja Das ist riesig Ja, ich bin schon in Level 6 Ja, ich bin schon in Level 5 Boah Schon wieder richtig am Hause krass Aber schön, dass wir in Level 17er so abgezogen haben Ja, so ziemlich, ne? Ja, hier Ja Er sucht aus Wovor haben wir jetzt? Ich glaube, dass wir Ich glaube, dass wir heute nur eine Rennfolge Ein bisschen Geld sammeln und so Joa Kann man ja mal machen Einladen? Ne Nö 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 T-T-T-T-T-T-T Wir wollen hier Geld sammeln ja die zone tritt einfach bei ja dann ist das so ja du bist hier ah ok ja dann einfach eigene fahrzeuge aus aufholen aus windschatten aus und dann passt das eigene fahrzeuge aus aufholen aus windschatten aus radio aus ja und los geht's nein aus los geht's startet schon automatisch ja wir sind voll das ging ja schnell das erste mal eine volle lobby lustig ja wir sind nicht ganz low level da ist ein level 2 und level 8 ist auch da und noch ein level 8 genau ja was nehmen wir denn ich weiß ich hoffe ich verkack jetzt nicht dann zu hart ich glaube es regnet alle leute meine lieblingsfarbe alles klar ich hab Angst ich hab Angst ich weiß gar nicht mehr wie der wagen hieß aber ich seh dich ja jetzt fängt das getränke wieder an hier oder was drecksau drecksau hallo es gibt auch sowas das nennt sich bremsel ja ich glaub die leute hier kennen keine bremsen nein nein hu ich hab mir glück gehabt hier jaaa voll konzentriert voll konzentriert so ein aasgesicht 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 hab ich gesagt aasgesicht aasgesicht ne wie der vogel der das komische tote tier frisst ach aasbanger so ein aasgesicht das hört man nur nicht richtig das hört man nur nicht richtig aasgesicht aasgesicht oh da ist einer explodiert reno 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 03 reel reel aber die ist gar nicht real na reel die ernst reno 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 ich wünsche wieder Luftikus ich geh jetzt mal in silber ich bin in silber in den Luftikus nein nein ich hab vergessen dass der berg da ist und ich rutsch über die Leitplanke rüber ich fick dich ey sowas sagt man nicht Ja, ich hätte gewinnen können, aber nee, dieser scheiß Berg muss ja da sein. Warum überhaupt diese Strecke? So eklig baut ja nur Rockstar. Mit Ausnahme von dir. Ey, ich bau ekliger. Das ist eine Beleidigung für mich, okay? Ich bau ekliger als Rockstar. Ja, ich weiß. Ich muss ja kretze hochziehen. Dreh dich, dreh dich. Warum dreht er sich nicht? Ich hätte jetzt geschrien, wenn ich mich jetzt gedreht hätte. Perfekt, Hildo. Ja, war ja klar, dass ich mich zum Ende noch drehe. Ah, als Vierter. Ah, du bist hinter mir. Nein! Was? Ja, ich bin Vierter. Ja, du bist Vierter. Ich bin After. Ach so. Nach den X80 hast du gehabt. Oh. Das war voll unfair, Alter. Nur wegen diesem komischen Berg, Alter, der da über die Straße ragt. Der, dieser... Dreckige. Hä? Was war Peck to Glory? Keine Ahnung. Na, egal. Geld ist Geld. Ah, komm, du bist Vierter, du kriegst ja noch ein bisschen was. Ja, 3000. Wow. Ich hab 1940 nur gekriegt, also... Nee. Komm, lass jetzt nochmal Attentat versuchen, jetzt haben wir bessere Waffen. Zufälligerweise weiß ich, dass man dort richtig ordentlich Cash kriegt. Nee, das war doof. Das war ein doofes Rennen. Oh, nee, 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 nee. Ich fand's gut. Es hat Spaß gemacht, mal mit einer vollen Lobby zu spielen. Ja, doch schon, aber der Berg war scheiße. Wobei, einer ist irgendwie rausgegangen. Irgendwie. Also, du weißt jetzt Attentat machen, ne? Ja, komm, einer in den Gegner. Oh, okay. Wenn wir gar nicht schon eine volle Lobby haben. Ja, ich will dich ja nicht hetzen, aber wir sind schon bei 17 Minuten, ne? Echt? Ja. Ja, dann lass doch Dings machen. Dann lassen wir das mal. Lass uns doch mal Attentat versuchen, noch einmal. Jo. Aber es ist ja nicht immer nur diese mit dem Panzerwagen. Sind ja auch andere. Will ich auch hoffen. Ja. Hauptquartier, dies fies. Da haben wir mit seinem Deluxe in den Kettplein geflogen und hat alles platt gemacht. Glauben Spaß macht. Ja, der hat zum Beispiel einfach am Ende so, ich glaube, 40 Kills oder sogar. hat alles geplattet ja du lässt mich ein oder oh heiße ware, schnapp dir den Aktenkoffer ja, das ist das ja, möchte ich starten ja, das ist das gut 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 wir haben die kunden ich habe schon die mini MP ja nicht falsch ich habe die micro Prozent die Akkorde das ist die Mission wir sind aufgeschlossen Ich habe eine Brechstange. Ich bin da. Oh, ich kann mir sogar Panzerung jetzt kaufen. Jetzt müssen wir nur noch warten bis die Lobby voll wird. Müssen ja nur zwei Spieler sein. Haben wir das so für zettel? Neue Minuten haben wir noch. So ungefähr. Pi mal Daumen. Oder wollen wir so versuchen? Wir können auch so versuchen. Ja okay dann versuchen wir so. Tut mir leid Bonbon. Bonbon. Mein. Oh oh oh. Irgendwie habe ich so das Gefühl, dass die Zeit immer voll schnell rum ist. Äh. Wenn man Spaß hat. Nicht so. So Moment ich muss kurz was einstellen. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit ne? Ach das sind nur zwei Ziele jetzt. Wenn wir nur zu zwei sind sind es nur zwei Ziele. So. Ah. Ah. Zieleempfindlichkeit ein bisschen höher. Das habe ich noch gar nicht gemacht. Ich auch nicht. Schaumfindlichkeit. Ich fahr schon mal los ne? Ja. Ich fahr schon mal los ne? Ja. So. Ja. Ich fahr schon mal los. Ja. Jetzt zieht es auch ein bisschen besser aus. oh shit ich hätte euch das gerade ausgemacht so jetzt geht's gut hoch 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 du bist voll auffällig so machen wie ich bin für unuffällig ich bin so unuffällig ich weiß nicht mehr wo ich gerade bin ja das ist schlecht keine Orientierung ist denn hier da ist die Straße ja ich war gerade Offroad unterwegs ach du bist schon da wo ich das weiß weil ich kopf habe so neulich wir wollen ja gar nicht mehr machen Nummer 2 ist rot also die Bullen aufhängt doch das geht doch viel schneller so ja mei da steht hängen die Bullen ab wo fährt Dennis äh wo fahr ich hin in den sie rief in den Kopf ja das ist intelligent intelligent ich weiß wo ich fahre ich weiß auch wo ich hinfahre ich bin drüber gesprungen ich bin drüber gesprungen ich bin drüber gesprungen die Polizei hat erst gar nicht vorbei ja schön dass wir sie ich hab sie abgehängt du bist auch ganz sicher dass du diesmal den Aufnahmeklauch gedrückt hast ja gut hundertprozentig nächstes wird es werden aber auf meinem Kanal wird es nicht viel geben außer so ne kleine kurze spektakuläre Verfolgungsjagd und auf dem Kofferraum für Leute die es interessiert was so in meinem Wagen drin ist Schmuggelwager bestimmt oder ein gleicher nicht ins Wasser nicht ins Wasser oh ich dachte schon mein Wagen säuft jetzt auf ja ich hab den Diesel in meinem Bild 10.000 10.000 was war Diesel? ja ich hab den Diesel bei mir rumsitzen cool ja ja 10.000 das ist doch schon mal was wert könnte aber auch ein Typ mit Glatze gewesen sein und weiß ein Hemd äh T-Shirt das war wenn Diesel hundertprozentig ja gleicher muskulös Glatze bestes T-Shirt Jeanshose kann nur wie ein Diesel gewesen sein so wie die Zeit haben wir noch? äh 4 Minuten haben wir noch ja ich hab ne dritte ne zweite schon mehr ne oh doch kommt hier wir können ja auch ein bisschen überziehen ja ok oh die wird schwierig echt? das ist aber die Nummer eins die kann gar nicht schwierig sein doch dann müssen wir ins Polizierevio hm dort einen Typen töten und dann raus rennen und dann abhauen klingt sehr einfach Radio 21 keine schlechte Wäbung ich hab das Radio gesehen Tja seh ich mich auch öfters boah es regnet tut's gar nicht machen das Ding äh gleich beim ersten Versuch sterben wir doch bei mir regnet's tut's gar nicht hier regnet es oder klingt das nur so das klingt gerade voll so als würde der Regen gegen das Fenster prasseln das nach splendid war schon wieder hier doch es es nieselt oder stoppelt oder was weiß ich ja auch hier weil warum muss ich so weit laufen tja weil wir in die richtung müssen wo du gerade hin rennten ich war schon mal vorne weil du gerade eben bei mir vorgefahren bist ist ja nicht so als ob ich hier offroad fahre ich war auch ein bisschen offroad ist also straßenverkehrs tauglich bin ich nicht das für eine stabile Laterne ja tue ich na der ist schon vor mir ja jetzt nicht mehr ja jetzt nicht mehr ich kann fließen n die fließen hier die flieche wo so wie du einst getan hat nicht erhebte ihn schleudern deswegen auch was für schulden das war das ja die habe ich auch noch überrollt damit es hingedreht jetzt warte doch mal hier hey los geht's Bullshit ist er tot? ist er tot? ist er tot? zu tun zu tun müssen die Rücken bei den Tüten wir müssen das ist ja keine die geflogen ist das war eine frau jetzt vorsicht geboten um ein gott dies wort muss das wort das sind jetzt nicht was kann das ist du musst jetzt zu gucken nachher jetzt mich ja wenigstens mal hier vor dem sport team hier ein bisschen gestürzt beschützen können da draußen stand du weißt wie viele mehrere häufig geschossen aber ich wollte einfach nicht tot gehen das waren bestimmt zehn oder so drei aber die wollten einfach nicht tot gehen so dann würde ich sagen wieder ab in den freien modus weil die zeit ist doch schon wieder um wir haben 32 minuten passt doch so dann sagen wir die schüsse dann ja so ein bisschen müssen auswahl trainieren abzugt ja das auch ja das auch ja das auch ja das meine kleine kleine strifte ja das kann es wieder machen oder ist ja keine kamera ja ich weiß was noch nicht noch nicht ja ich würde sagen abmoderation oder wir haben jetzt gerade ein fette nadelbild schon lohnt sich ja ich auch ja würde ich sagen wir sehen uns in der nächsten folge bis deine haut rein genieß den tag würdest du noch was sagen ja würde ich gerne danke ne bitte haut rein und bis zum nächsten mal tschüss so habt ihr es gehört tschüss geht mir geht bei dann